Pädach-Boxenstahl Classic Dressage überzeugte durch viele freie Bewegungsmöglichkeiten fürs Pferd. Hier ist ein Oberfranken, ein Tierstein, das ist ein bisschen eine abgelegene Gegend, aber hier ist der Reitstahl Ende 2014 Classic Dressage eröffnet worden. Auf dem Betrieb wühlen sich Pferd, Mensch und Hund wohl. In dem Stall haben wir 18 Pferde-Boxen, davon sind 16 Pädach-Boxen. Pferde sind bei uns den ganzen Tag draußen, also auch im Winter. Also wir haben die Koppeln alle so befestigt, dass alle Pferde immer draußen sein können. Die kriegen bei uns sechsmal Heu, das wird täglich bei uns gemistet. Also auch die ganzen Koppeln und Pädachs werden abgemistet, das heißt auch für die Einsteller ist es sehr komfortabel hier zu sein. Ansonsten haben wir einen 20 auf 40 Reitplatz, eine Reithalle 20 auf 40, beides mit Äpfel-Flut-System. Und dann haben wir natürlich noch unser Solarium von Winter, wo die Pferde dann sich auch mal entspannen können, bisschen Sonne und Wärme tanken. Das können sie natürlich auch draußen. Die Besitzer haben die Wahl zwischen Einzel- und Gruppenpaddocks, als auch Weiden. Einzelpaddocks und Weiden sind deshalb wichtig, weil auf dem Betrieb auch einige Hengste stehen. Also der Stall hier wurde ja speziell auf Hengsthaltung konzipiert und ausgerichtet. Das sieht man in verschiedenen Dingen, zum Beispiel, dass wir sehr viele Ein- und Ausgänge haben, sodass der Hengst nie an der Stute vorbei muss, man dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. In der Stallgasse aus geht es direkt in die Schmuckereithalle, zum beheizten Deck-Trocknungsraum und zur Gerätekammer, wo Cavalettis und Stangen auf ihren Einsatz waren. Außerdem werden alle Boxen Video überwacht. Da bleiben keine Wünsche offen, oder?